Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung von Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017